So. Ja, 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 ja. Spanien. Nee, Portugal. Ah, ja, ja. Wann sagten Sie, war Ihre letzte Periode? Das ist jetzt... Was? Richard. Richard. Martha. Richard. Martha... Äh, Martha will... Richard. Martha. Richard. Martha. Hm? Das Abenteuer kann beginnen. Ich habe das ideale Wohnmobil erstanden. Alt, unseren Traum. Es ist was passiert, Richard. Was passiert? Jetzt hör doch auf, du bist doch kein Papagei. Wenn du so weitermachst, können wir unser drittes auch gleich Bubi oder Laura nennen. Was denn für drittes? Ist irgendwas? Dann lasst ihr euch scheiden. Nein. Wir kriegen noch ein Baby. Baby. Vielen Dank.